Der Stadthofssaal ist für Uster, was das Volkshaus für Zürich ist. Rund 1000 Leute haben es drin im Platz. Seit heute ist der Veranstaltungsort gesperrt. Das Risiko ist zu hoch, dass das Dach einstürzen könnte. Jetzt wird eben das Dach saniert. Erinnerungen an 1985 werden wach. Hier ist die Decke vom Hallenbad eingestürzt, 12 Menschen sind gestorben. Es berichtet Rahel Boxberger. Zu und zwar per sofort. Der Stadthofssaal Zuster, der 300 Leute im Platz hat, könnte einstürzen. Auch wenn man auf dem Dach keine Risse oder Löcher sieht, ist ein Einsturz gefährdet, sagt der zuständige Stadtrat Werner Egli heute an einer Medienkonferenz. Diese hat er extra kurzfristig einberuft. Eine periodische Überprüfung durch Holzbauingenieure hat gezeigt, dass bei Schneefall und vor allem bei auf dem Dach liegendem Schnee die Sicherheit des Dachs, respektive des Saals, nicht mehr gewährleistet wäre. Das Holzdach des 57-jährigen Gebäudes könnte also einstürzen. Bei Schnee. Allerdings hat es heute im Moment weit und breit kein Schnee rumzustern. Wären wir jetzt im Frühling oder im Sommer, hätte man sicher noch zuwarten können, weil das Risiko besteht effektiv dann, wenn Schneelast auf dem Dach ist. Da wir jetzt aber davon ausgehen, dass es noch mal Schnee gibt und wir eigentlich mitten im Winter noch sind, müssen wir mit dieser Massnahme jetzt halt leben. Die Auster stürzt vor gut 29 Jahren schon mal eine Decke ein. Im Hallenbad krach Betang die Decke zusammen und es fällt auf die Leute, die noch am Schwimmen sind. Die traurige Bilanz, 12 Tote und 19 Schwerverletzte. Die Erinnerungen sind sicher wach. Auster ist prägt durch das damalige Ereignis. Ich denke aber, dass man das nicht miteinander in Verbindung bringen kann. Wichtig ist einfach, dass wir jetzt die öffentlichen Räumlichkeiten genau dort anschauen. Genau angeschaut wird die Situation jetzt auch mit Veranstaltern, die den Stadthofssaal für ein Konzert, einen Comedyabend oder einen Flohmarkt buchen. Die Veranstaltungen müssen entweder verschoben werden oder in einem anderen Gebäude stattfinden. Wie lange diese Sanierung geht oder wie viel sie kostet, das ist noch unklar. Der Grund, erst in den nächsten Wochen zeigen sich, was überhaupt saniert werden muss oder ob allenfalls das ganze Dach ersetzt werden muss. Für die Telezyrius Uster, Rahel Boxberger.